Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100 Prozent bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat und zwar biblisches Christentum. In einem Artikel der Tagesschau vom 11. Mai berichtet der Sender über das höchste Gebotendefizit seit 1945. Deutschland befindet sich stetig im Gebotendefizit, das heißt es sterben mehr Menschen als Babys geboren werden und ich möchte dir in dieser Folge eine biblische Antwort darauf geben. Am Ende des Artikels heißt es, dass es auch weiterhin ein Gebotendefizit geben werde. Ich zitiere, gleichzeitig weisen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Institutes, das heißt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung darauf hin, dass für das Entwicklungspotenzial eines Landes nicht alleine die absolute Bevölkerungsgröße oder die Gebotenentwicklung entscheidend seien. Ein wesentlicher Aspekt sei, wie gut die hier lebenden Menschen ausgebildet sind. Die Direktorin des BIB, Christa Katharina Spies, mahnte deshalb, angesichts des Gebotendefizites ist es daher umso wichtiger, verstärkt in Bildung zu investieren und zwar von Anfang an. Und dazu kann ich nur Amen sagen. Es muss verstärkt in Bildung investiert werden und zwar von Anfang an. Kinder müssen in der Furcht des Herrn großgezogen werden, damit sie nicht gottlose werden, wie fast das ganze Volk Deutschlands. Damit sie den Herrn fürchten, Deutschland muss wieder den Herrn fürchten, Deutschland muss die Bibel lernen, wahre Bildung, denn die Bibel sagt, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Wenn du noch nicht den Herrn fürchtest, dann hast du noch nicht mal angefangen, weise zu werden. Dann müssen wir auch ganz am Anfang. Deutschland muss lernen, dass Hurerei Sünde ist, dass es widerwärtig ist, Ehebruch zu treiben, dass es widerwärtig ist, Sex vor der Ehe zu haben. Übernehmt Verantwortung für euer Handeln. Warum gibt es ein Gebotendefizit in Deutschland? Weil es einen Haufen Hurer und Huren gibt, einen Haufen Ehebrecherinnen und Ehebrecher, die nicht Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, die keine Kinder haben wollen, aber sie wollen ihrer Lust nachgehen. Und die dann abtreiben, verhüten, was auch immer. Du weißt ganz genau, dass es stimmt, was ich sage. Dass es einen Haufen Huren gibt, die sich jedes Mal von einem anderen Typen dingsen lassen und abtreiben. Dass es einen Haufen Männer gibt, die keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Die nicht erst heiraten wollen, einer Frau treu bleiben wollen und Kinder zeugen wollen. Das ist das Problem. Aber Ehebruch ist ein Kapitalverbrechen. Ehebruch ist ein Kapitalverbrechen, das laut der Bibel mit dem Tod bestraft werden soll. Die Bibel sagt in 3. Mose, Kapitel 20, Vers 10, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Wir hätten kein Problem mit Geburtendefizit in Deutschland, wenn ganz einfach Ehebruch bestraft werden würde. Wenn ganz einfach Gottes Gesetz durchgesetzt werden würde, denn dann würden sich die Menschen wieder fürchten vor dem Herrn und wieder ein gerechtes Leben führen. Warum gibt es ein Geburtendefizit in Deutschland? Abtreibung. Weil dieses Volk von Hurern und Huren lieber ihre Kinder abtreibt, anstatt ihre Kinder zu lieben. Lieber Kinder tötet, anstatt Verantwortung zu übernehmen. Abtreibung ist ein Kapitalverbrechen, das ist die Bibel eindeutig. Die Bibel sagt in 2. Mose, Kapitel 21, Vers 22, Überraschung, Mord muss mit dem Tod bestraft werden. Die Bibel sagt in 1. Mose, Kapitel 9, Vers 6, Wer Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ja, Abtreibung ist ein Kapitalverbrechen, es ist Mord. Die Bibel ist eindeutig dazu. Ich meine, muss ich dir wirklich erklären, dass es Mord ist, einen Menschen zu töten? Dass es Mord ist, ein Kind zu töten? Es ist bestialisch und pervers. Aber wir haben ein Geburtendefizit. Nun, dann brauchen wir eben Bildung, wie die gute Frau Spieß ja gesagt hat. Wir brauchen die richtige Bildung, wir brauchen biblische Bildung. Menschen müssen lernen, dass Hurerei Sünde ist. Menschen müssen lernen, den Herrn zu fürchten. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Lernen, Gottes Gebote zu halten, ein gerechtes Leben zu führen. Menschen müssen lernen, dass es Mord ist, einen Menschen zu töten. Dass es Mord ist, Kinder zu töten. Und ja, Mord muss auch mit dem Tod bestraft werden. Das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt in Psalm 127, Vers 3, Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Gott will dich beschenken mit Kindern, will dir eine Belohnung geben und du treibst diese Belohnung ab. Du tötest ein Kind, das Gott dir gegeben hat. Und ganz ehrlich, ja, jede Frau, die abtreibt, begeht Mord und jeder Abtreibungsarzt begeht genauso Mord. Sie haben den Tod verdient. Aber weißt du was? Dieses Volk wie Deutschland hat es verdient, ein Geburtendefizit zu haben. Hat es verdient, zu schrumpfen. Ein Volk, das sich abgewendet hat vom Herrn, das Gott lästert, das immer atheistischer wird, das sich nicht für die Bibel interessiert. So ein Volk wird Gott richten. So ein Volk wird Gott zerstören, bis es irgendwann nicht mehr existiert. Das, was Deutschland verdient hat. Ein Geburtendefizit lässt sich nicht aufhalten, wenn das Volk nicht den Herrn fürchtet. Wenn das Volk sich nicht fürchtet vor Gottes Zorn, nicht Gottes Gebote fürchtet, Gottes gerechte Gebote, gerechte Satzungen und Rechtbestimmungen, wenn es nicht die Bibel fürchtet, nichts davon wissen will, dass Hurerei Sünde ist, dass Abtreibung Sünde ist, lieber ihre Kinder tötet. Das ist das, was Deutschland macht. Deutschland tötet seine Kinder. Und dieses Volk hat es verdient, zu schrumpfen, bis es ganz irgendwann verschwunden ist. Die Bibel sagt in 5. Mose, Kapitel 28, Vers 43, Der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich emporsteigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden. Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat. Und sie werden als Zeichen und Wunder an dir haften und an deinem Samen ewiglich, dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast, mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest. Deutschland hat Überfluss an allem, aber es will dem Herrn nicht dienen mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen. Und dieses Volk wird gerichtet werden. Als du an allem Überfluss hattest, musst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Angel, an allem, und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Der Herr wird dein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst, ein Volk mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt gegen den Kreis und mit den Knaben kein Erwarnen hat. Es wird die Frucht deines Fies und die Frucht deines Landes verzehren, bis du vertilgt sein wirst und dir nichts übrig lassen von Korn, Most und Öl, vom Wurf deiner Rinder und von der Zucht deiner Schafe, bis es dich zugrunde gerichtet hat. Und es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du in deinem ganzen Land vertraust, gefallen sind. Ja, es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, in deinem ganzen Land, das dir, der Herr, dein Gott gegeben hat. Dieses Volk wird bedrängt und nur noch mehr bedrängt werden von fremden Völkern, von islamischen Völkern, die sich breit machen in Deutschland, die einen Haufen Kinder zeugen, bis Deutschland ganz einfach verschwunden sein wird, bis das deutsche Volk ganz einfach nicht mehr existiert. Bis es schrumpft und schrumpft, nicht zum Haupt wird, sondern zum Schwanz wird, unterdrückt wird. Das ist es, was mit Deutschland passieren wird. Das ist die Strafe Gottes. Ein Volk, das den Herrn nicht fürchtet, wird ein Gebotendefizit haben. Überraschung. Ein Volk, das nicht Gott mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen dient, das wird Gott richten, Gott wird Feinde senden, die dieses Volk überrollen werden, bis es nicht mehr existiert. Deutschland muss umkehren zum Herrn. Dieses abgefallene Volk muss umkehren, Gott fürchten, tun, was Gott sagt. Dann würde es diesem Volk gut gehen. Aber solange Deutschland das nicht tut, wird es nur noch mehr Gebotendefizit geben? Wird es nur noch mehr Einwanderung geben? Dieses Volk geht den Bach runter. Und ich hoffe, dass du als Christ ein Licht bist in Deutschland, dass du Seelen gewinnen gehst, dass du Menschen rettest vor der Hölle und sie lehrst, den Herrn zu fürchten, der Bibel zu folgen, ein gerechtes Leben zu führen. Wir sind die Hoffnung für Deutschland. Christen. Und es gibt noch eine Hoffnung, das ist das Gute. Wir sind die Hoffnung, das ist das Gute.